Ich möchte dieses Lied meinen Freunden widmen, die ihre Liebsten bei dem Erdbeben verloren haben und im Gedenken an diese unschuldigen Menschen, die zu viele sind und zu viel Leid entstanden ist, das verhindert hätte werden können und in Liebe an diese Menschen möchte ich dieses Lied singen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020